Hallo und herzlich willkommen zurück zu Conan, meine Lieben! Yay! Juhu! Hier ist es wieder warm, ich habe mich wieder ausgezogen. Ja, ich sehe es. Hier. Was ist, wenn ich dem einen verpasse? Schlägt der mich dann? Oh Gott. Du kannst dir eins gar nicht schlagen, auch gut. Da! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Werde ich nicht. Ich habe ihn gehauen. Werde ich nicht. Heilt der auch wieder? Du bist ja nett zu deinen Sklaven. Kann ich Ei, Ei mit ihm machen? Ei, Ei, Ei? Wenn ich ihn jetzt nehme. Jetzt wird es nicht zu schwer, weil ich ihn auf den Schultern habe. Ähm, wo ist er denn? Er ist da. Hier. Wenn ich ihn jetzt nehme und wieder da hinsetze, ist er dann wieder gesund? Ja, sieht so aus. Komm, dreh dich mal. Okay. Zack. Ja, der ist wieder gesund. Okay. So, ich kann einen, zu dem der Baum endlich wieder weg ist. Das stimmt, ja. Kann ich ja an die Seite... Oh, hallo. An die Seite. Ah, hallo. Also, die Lenkung funktioniert heute ganz wunderbar. Achso. Wir haben noch nicht erklärt, dass ich unser Tänzer... Ähm... Dass es ein Bandler ist. Er hat sich... Der war heimlich beim Friseur mit seinem... Ja, ja. Wir haben unseren Tänzer ausgetauscht. In Geralt von Riva. Na, Geralt? Mit dunkler Haut. Alles fit? Ja, zack. Ja, zack. Schön machst du das. Richtig hübsch. Äh, was haben wir denn heute auf dem Plan? Bauen, bauen, bauen. Kerberei. Holzschild. Nein. Bauen, bauen. Bauen, bauen. Nein. Eckiger Schemel. Wäre ne Idee. Wir müssen ja jetzt bauen, damit wir unsere Werkstatt leerräumen können. Ich hab so viel Schick bei mir. Ich brauch Äste. Hallo. Ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen was wegschmeißen. Ähm. Ach, du wirst wieder angegriffen für Mopsi? Was? Och. Ja, ja, komm her. Ja, komm mal her. Ja, komm. Ja, komm. Rinde. Ich hab Rinde. So. Ich hab Äste. Das müsste jetzt reichen. Ich hab auch zwei. Flups. Oh, ich verhofft. Ganz so zwei. Ich wollte gerade sagen, verdrink hier, aber das ergab irgendwie keinen Sinn. Ich verdrink hier? Ja, ja. Ja, ich verdrink hier. So. Ähm. Oh, ich brauch 20 Äste. Ey, was macht denn der Typ da? Welcher Typ? Ach so, ich wurde angegriffen. Da war ja was. Hier sind auch Äste. In der Carpenters Bench. Alles gut. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen... Oh, schau mal, eine Fettraupe. Boah. Noch eine. Äh, hallo? Wie wird nochmal dieses komische gehärtete Holz? Mit Holz, oder? Das geformte Holz, meinst du? Ja, ja, mein ich. Ja, du musst einfach nur Holz da reinwerfen. Okay, dann mach ich das mal, weil da ist nämlich nichts drin. Mach ich auch gleich. Bring gleich ganz viel Holz. So, dann haben wir hier den... Die Feuerschale. Schwefel. Ich mach den Shit hier mal an. Ich schmeiß mal ein bisschen Holz da noch mit rein. Ja, ich bring auch gerade Holz. Aloe-Extrakt ist hier schon drin. Wir müssen uns noch so ein Medizinköpperchen, so ein Medizinschränkle machen. 46 herstellen. Supi. Äh, 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 was wollte ich denn jetzt? Ach ja. Ich wollte nochmal so ein großes Banner machen. Ein mittleres Banner. Zack, herstellen. Ich habe uns übrigens auch eine große Truhe zu vergeben. Ich suche mal ein schönes Plätzchen. Jo, du kannst es in, ins Hochhaus, ähm, neben die andere stellen. Da steht oben schon eine. Wahrscheinlich hier unten zwei. Und oben eine. Und da kannst du die andere daneben stellen. So, äh, was habe ich denn noch zugegeben? Wieso ist denn da eine Wand? Wieso kann man denn da nicht weitergehen? Äh, das, das muss so. Der Architekt hat gesagt, es muss so. Ich will immer noch Bewohner haben. Ich will immer noch Bewohner haben. Ich will immer noch ein ganzes Städtchen haben, so mit, mit, äh, Märkten und so. Ja, das wäre richtig cool. Aber es gibt ja Markisen. Das heißt, wir könnten uns welche machen, die so aussehen. Das stimmt allerdings. Es wird zwar nicht genau so sein, aber man könnte natürlich es so aussehen lassen. Ach so, ich habe meinen Zuschauer noch gar nicht Geralt gezeigt. Na ja, genau. Geralt von Riva. Dürfen wir nicht vergessen. Schau mal was. Der drauf hat, Leute. Dieses Objekt der Begierde. Oh Gott, aber wir sind doch... Ja gut, er ist ja auch nicht viel anders wie wir. Er wurde ja auch verstoßen, weil er ein Hexer ist. Von daher passen wir zusammen. Ich habe noch so viel Scheiß hier bei mir. Aber na ja, er könnte uns vielleicht... Äh, was soll ich denn jetzt? Ach, ich habe ja ein großes Banner. Ja, dropp es mir. Ich hänge es auf. Ich muss nur noch einen Platz finden. Was ist denn? Hier, hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Zack. Ah, dann ein kleines Nacketeil. Zack. Es ist warm hier. Da wünscht man sich doch direkt den Sommer zurück. Ah, jetzt hier. Aha, voll geil. Ist da auch das richtige Symbol drauf? Oder beten wir jetzt noch was anderes an? Keine Ahnung. Hängt es einfach hin. Alter, was liegt denn hier noch für ein Shit drin? Ja, da habe ich alles reingepackt. Oh Gott, ist das riesig. Selbst nichts. Gott, oh Gott, oh Gott. Kann man hier jetzt aufhängen? Scheiße. 30 Seiten sind dafür draufgegangen. Jetzt mach was draus. Boah, fuck. Wo hänge ich denn das hin? Das ist ein Oschi. Ich sage es dir. Ich hänge es da hinten an Plan- äh, an Spon- an Spon-Spon. So, hier so sa- Wenn das gleich stürze ich auf, wahrscheinlich hier. Jetzt habe ich zwar ein Fenster verdeckt, aber Kann man das wieder wegnehmen? Ah! Bin abgestürzt. Haben wir noch Teer? Ja, ganz viel. In irgendwelchen Öfen. Ja. Ja, ja, ja. Das brauche ich jetzt nicht. Das ist jetzt so. Aloe-Extrakt. Okay, rein damit. Das mit Teer, dann wird noch mehr hergestellt. So. Ich habe, achso, ne. Was habe ich denn für Aloe? Ich habe nur diese komischen- Ah, ne, das ist ja gar kein Aloe. Das ist rot. Seide. Ah, nein. Da rein soll die Seide. So, Seide. Die L- Das Leder kann wieder da hinein. So. Frag nicht. Ähm. Bund-Sekret ist bei Spinner, ne? Ich wollte Läden. Oh, hier ist noch Seide. Spinnfäden. Haben wir jetzt zwei? Ui, das ist ja so. Ich habe verdorbenes Fleisch. Das ist jetzt unpraktisch. Ja, ich habe auch ein bisschen was. Einmal essen. Weil wir müssen jetzt gleich ein paar Steine holen. Äh, da rein. Diese großen Kisten sind viel cooler als die kleinen. Ich glaube, die mache ich jetzt öfter noch. Diese- Äh, was brauche ich denn nochmal für die großen? Oh, oh. Oh Gott. Boah, haben wir hier Droppy-Fleisch. Ekel-Fleisch. Was sagt mein Hunger? Ich könnte... Ich esse mal eine Fettraube. Oh Gott. Ich esse mal ein bisschen Fleisch. Warum wiege ich denn 51... ... Kilo. Prozentig. Wie geil. Das ist interessant. Ja. So. Steine wollten wir dann haben. Ja, dann geben wir Steine zusammen. Ja, Moment. Ich muss hier meine Rüstung schnappen. Wobei, die kann ich auch anziehen. Muss ich mich wieder anziehen. Dabei ist es doch so warm. Tja, dann schützt du dich. Aber dann wege ich trotzdem. Du kannst natürlich auch riskieren, dass du gestöhnt wirst, aber... Ja. Moment. So. Ah, ich habe eine Kiste. Wow. Noch eine. Kann ich noch eine herstellen? Bloß nicht vergessen, wo ich das ganze Zeug reinpacke. Nö. Ah, ich überlege die ganze Zeit, man, warum bin ich denn so schwer? Naja, ich habe doch schon wieder zehn Treppen hergestellt, elf Zäune und 18 Deckenplatten. Brauche ich mich überhaupt nicht wundern. Ja, wo sind denn Steine? Die sind hier gar nicht mehr. Die Steine hauen ab. Wo bist denn du? Immer? Wo bist denn du? Im Haus. Immer muss man auf dich warten. Ich glaube... Ich sagte, sie hat drei Stunden hier draußen rumstanden. Ich glaube, in diesem Stein gibt es immer noch Eisensteine. Stein, 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 Stein. Leer. Hallo. Hallo, 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 hallo. Cool, ich habe jetzt zeitgleich einen Baum und einen Stein zerstört. Das ist cool. Ich habe Monster getötet. Yay. Monster töten, Uga, Uga. Ja. Oh, mein Spiel hängt. Oh, hier, hier. Mähnen wieder die Schildkröten. Ach, Moppelchen. Es ist an mir vorbeigerannt. Ja, ja. Soll ich auch wieder Zwirn herstellen. Na, komm. Sammel. Sammel, Mädchen, sammel. Ich kann mal brauchen, was ich hier schon wieder herstellen kann. Machen wir mal zehn davon. Jetzt brauche ich wieder hier. So. Na los, Mädchen, sammel schneller. Oh, die Sklaventreiber hier. Ja. Hast du schon mal auf die Uhr geschaut, Mann. Sklaven. Arbeit. Natürlich. Das Leben im Exil ist doch kein Zuckerschlecken. Was, du kriegst da Trauben serviert in den Mund direkt rein, oder was? Deswegen baue ich doch einen Tempel. Hallo? Ja, ich führte den Tempel, den musst du selber bewohnen. Du musst die Trauben selber pflücken. Ja, aber das machen wir, was wir vorhin gesagt haben. Dass wir uns wie so einen kleinen Markt noch bauen. Damit es wenigstens so aussieht, als ob. Weil Markisen und so kann man ja bauen. Und Sonnensegel oder irgendwas. Meine Angst ist kaputt. Mein Pickelchen. So, ich brauche Fundamente. Bist du denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was denn? Ich dachte schon, das greift mich an. Ja, alles gut. Das ist schon tot. Ach, Knochen. Ich brauche doch keine Knochen mehr. Ich weiß nicht, wie viele Knochen wir haben. Ist die ganz? Ah, die ist ganz. Ich habe noch einer auf Vorrat. So, Eierchen sammeln. Hallo, ihr Süßen. Noch ein paar Steine vielleicht. Jetzt, hallo, wir müssen mal so richtig viel Heiltränke brauen. Dass, wenn wir mal wieder unterwegs sind, dass wir sicher sind. Oh, meinst du, unsere Tänzer sind fertig? Gut möglich. Wo bist du denn? Ich bin bei unseren Tänzern. Oh, ich kann mich immer noch bewegen. Was? Ach, man, die sind immer noch nicht fertig. Jetzt kannst du immer noch schneller. Ach, jetzt bin ich zurückgezogen. Komm wieder zurück. Hallo? Spiel? Was hast du denn angegriffen? Ich kann mich immer noch bewegen, habe ich gesagt. Ja, aber da war eh Musik. Ja, ja, ich habe gerade ging zum Mund. Ach, Spiel. Jetzt ist es auch wieder gut. Sie sind da oben. Hey, ich bin festgestackt. Warte mal ganz kurz, bitte. Oh, Spiel ist jetzt auch wieder okay. Hey, meine Güte. Wo denn? Da oben. Ich habe, weil da so ein großer Baum ist, habe ich gedacht, vielleicht ist da auch ein Dorf oder irgendwas. Aber da ist nichts. Und ist da irgendwas Spektakuläres? Ich finde es voll spektakulär, dass ich hier dreimal gegen so einen Monsterstein haue und dann ist der weg. Oh, ich habe Eisenstein gefunden. Cool. Mein Inventar ist fast voll, deswegen. Ich würde fast leveln. Wo ist denn hier noch so ein Monster? Ich brauche Türen. Shit, ich brauche es hier. Aber man muss ja den ganzen Platz machen. Äh. So, wo was brauche ich? Was soll ich denn bauen hier? Ich habe jetzt die, das... Baa, Baa. Willst du denn hier vorne alle so einen Riesenplatz machen, oder? Hier so? Wohin denn? Wo bist du denn? Ja, so. Da hoch. Ich bin so schwer, ich kann mich nicht bewegen. Aber ja, irgendwie so, dass man rechts und links so... ...ein paar kleine Dinger hinstellen kann. Aaaaaaah. Aufsteigen, vor allem. Aufsteigen. Aufsteigen. Und ich bin soeben an der Stufe aufgestiegen. Aufgestiegen. So, aufsteigen. Äh. Du, 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 du. Du, 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 du. Hi, Geralt. Ich bin in Stufe 35. Alter, ich bin Stufe 35? Alter. Äh, da hab ich ja... Ich könnte einen Holzstuhl hier fertigen, aber den hast du ja schon. Ähm. Aber wir müssen doch die ganzen Häuser noch bebauen. Also kannst du ruhig Stühle, Tische, so Kleinigkeiten herstellen. Ein, eine, eine Gate-Tour. Also ist es eine bessere Gate-Tour? Äh, pfuh. Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Warte mal. Was ist denn das? Da, 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 da. Du Scheiße, was hier wäre schwimmen. Eine Ziegeltreppe. Okay. Ein Stahl... Achso, ja. Nein, es läuft nicht. Eins, zwei, drei. Ziegelzaun. Aha. Aber dafür braucht man auch wieder so viel. Stähle hat Dreiecksschild. Kann ich nicht freischalten, weil... Vollbaum. Ach, weil das. Eisen irgendwas. Zack, freischalten. Äh, 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 ein Holzregal freischalten. Ähm. Ob man da auch Sachen lagern kann? Bestimmt. Das wäre cool. So, ich habe die schwere Schulterplatte freigeschaltet. Kann ich den nächsten zurück auch schon? Den nächsten... Oh, Mädchen, langdeutsch. Was ist denn? Was ist denn? Ich wollte gerade sagen, was haben wir denn hier heute für eine Runde? Soll ich schon direkt mit Assachis. Was machen wir denn hier? Hier machen wir jetzt erstmal wieder Zaun aus. Nein, ich kann die anderen Sachen nicht herstellen. Oh mein Gott. Nein! Kann ich noch eine Stufe aufsteigen? Ich muss noch ein paar Monster töten. Stygian-Bronzespeer. Kann man die jetzt nehmen? Tatsächlich? Verstärkte Steindecke. Okay. Ein Keck. Ein Fass für die Lagerung von Bier. Ja, wir können... Ja, dann... Auf was warten wir? Auf Stufe... 37. Sprengwasser. Das hatten wir ja schon. Äh, Eisentopf. Mortarium. Ein Metallgefäß zur Zubereitung von Speisen. Eisenpfanne. Markise. Kann ich alles noch nicht freischalten, weil ich noch zu niedrig von der Stufe will. Ich muss Monster töten. Oh, ein großes Banner. Das Feuer war übrigens noch ein mittleres Banner, ne? Scheiße, Moment. Da muss ich erstmal noch mehr Hochhäuser bauen. Wobei, ein großes Banner, vielleicht würde das hier an das andere Haus passen. Weil das ist ja ziemlich riesig. Oh, Geralt, aber nicht, dass du dir hier den Knöchel verstaust, ne, mein Lieber? So, ich stelle jetzt deine Kiste hin. Wo? Relativ Zentrum. Zentrums nahe. Weil da sind deine Steine drin. Du kannst sogar droppen. Nein, ich will die Kiste hinstellen. Ach so. Wie wäre es hier so mit einer Kiste? Ach, hier passt die Kiste gut hin. Also sie nicht dann nach oben zu den anderen stellen? Sonst haben wir wieder an 20.000 Orten 50.000 Kisten. Ja, so war das Ziel. Ach so, gut. Weil hier sind ja die zwei. Das ist fast gut. Mal gucken, was hier noch so drin ist. Und unten durch die für die Steine hin, weil dann kann man da eher hingehen. Oh Gott, hier sind ja noch Mauern und Fundamente und Segeln und... Und... Das ist normal. Was nicht ausreichend mit dem Boden ausgerichtet. Okay, ich kann ja keine Kiste hinstellen. Das ist ja doof. Wenn dann halt... Ja, ich weiß ja auch nicht. Dann halt hier. Jetzt kann ich mich nicht bewegen. Das ist natürlich schlecht. Mal wieder. Das ist unpraktisch, ja. Gut, dann lasse ich das mal hier. Hui. Ich muss jetzt erstmal den ganzen Scheiß hier verbrauchen. So, Fundament. Ähm... Was soll ich mit unserem Feuer hier los? Warum brennt das nicht? Ein. Und... So. Wie steht's? Mir geht's dem Tänzer? Du, Geralt geht's ganz gut. Oh, die sind bestimmt in der nächsten Runde fertig. Ja, nächste Runde. Bestimmt. Realistischer. Das würde mich... Oh Gott. Der eine Fall anzustöhnen hier, das ist mir voll erschrocken. Ich stehe jetzt hier so. So, was sieht das hier aus? Die macht man nochmal Eisenverstärkung. Nein. Aus Eisen würde ich sagen. Geht natürlich wieder nicht. Okay. Tipp. Das sind jetzt zwei. Da sind auch zwei. Hm. So, ich muss Monster töten. Diese Spawn sind hier schneller. Weiß ich nicht. Mich wundert es immer noch, dass es dieses Kropodil... Das hat sich, glaube ich, einen anderen Wohnort gesucht. Hey. Ach man, ich komme hier nicht weiter. Oh, das ist echt schlimm. Ich muss erst ein bisschen abladen hier. So, fünf davon. Jetzt geht's weiter mit den billigen Wänden. Willst du da oben einen Markt hin bauen oder was? Nö, aber hier müssen doch Häuser hin. So eine ganze Stadt hier hin. Kannst dir mal überlegen, was hier hin soll. So, dann machen wir hier mit denen weiter. Kann ich ja hinten gar nichts machen, Mann. Ist ja schlimm. Ich komme gleich. Ich brauche Monster zum Töten. Vertraue. Ich lade hier alles ab, was ich hier so noch an Mauern habe. Was im Übrigen, glaube ich, nur noch eine ist. Eine Mauer habe ich noch. Was soll ich denn hier hinsetzen? Hm. Acht Fundamente. Achtzehn Dächer. Weg, weg, weg. So. Gut, dann komme ich mal ein bisschen zu dir, dass wir noch ein bisschen was sammeln. Bist du Rusto da? Hier hinten. Folge den fallenden Bäumen. Dahin konntest du dich jetzt nicht bewegen, willst du mich verarschen. Doch, doch, aber da weiter hinter nicht, wo die Monsters sind, die ich töten möchte. Dann los geht's. Also, ich muss, ich muss, weil, weil, Baum. Äh. Weil Stufe 46. Na, komm her. Ey, das Moppelchen lässt mich einfach stehen. Das ist ja mies. Oh, ein Fettroppel. Fettroppel. Ähm. Wormt die Lope. Wie viele Schläge brauchst du? Was, wie viel stärker? Schläge. Achso, weiß ich nicht. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Bleib, bleib, bleib. Ich meinte die ganze Zeit, wie lange, wie lange brauchst du ein bisschen stehen. Achso. Bleib doch stehen, ich will dich noch nicht töten. Nein, ich mag nicht. Mit meiner Steine, mit meiner Eisenpittel. Oh, das stimmt wie bei DVD. Ach, siehst du, was krieg ich jetzt davon, wenn ich nicht mehr... Haut, Fleisch. Jo, aber wie gleich. Ich bin fast beworfen damit. Oh, die Knochen bräuchte ich nicht, danke. Tschüss. Noch eine Fettraupe nebenbei. Ein paar Faser nebenbei. Fettrauben sehe ich übrigens immer noch nicht so schnell wie du. Echt nicht? Vielleicht musst du auch mal die Grafik runterstellen. Seitdem habe ich sie nämlich gesehen, seit ich sie mal runtergestellt habe, aus Spaß. Also, naja, runtergestellt ist das falsche Wort. Ich habe sie individualisiert. Ja, weil bei mir ist ja das Gras hoch und von daher sehe ich sie ja nicht so wie du. Die tummeln sich ja da. Jetzt zieht sie mich wieder weg. Hallo, warte mal. Achso, ich suche hier Fettrauben. Warte. Warte, ich suche dir. Hier ist eine. Aber wir sind sowieso schon wieder fertig. Da, schau. Warte, warte, schau dir die Fettraube noch an. Hier. Also, du rennst, da meine ich gerade, du beamst dich von mir weg. Wo bist denn du jetzt schon wieder, Scotty? Was? Ach, da. Schau mal da. Schau mal da, ist die Fettraube. Da. Oh, Eier. Boah, also so das Leben hier, das wäre nichts für mich, ne? Mal so kurz angemerkt. In echt wäre das, wäre das... Na gut, wir wollten, also, naja, wir sollten die Folge beenden. Das war es wieder für heute. Das heißt, bis zum nächsten Mal. Oh, Gott, bin ich erschrocken. Mann. Den habe ich schon angetatscht, den Baum, glaube ich. Bis dann. Ciao. Ciao.